so alle hopf das kobe ja ja der hätte schon achter nehmen können also guck dir ist der mann hier friedrich der große deswegen habe ich ja jetzt schon achter nehmen können da kommst du nicht ins neuner gefecht da vorher gesagt die wollen alle ihre bänder holen die machen sich leicht alles luftpumpen ich mache es mir auch so leicht stimmts station mir ja oberst reise hier ist es aber schon bewusst dass das zeitgleich nachher auch auf youtube wandert nur so als informationen ich müde mich oder schlusser behalte derzeitigen kurs bei so kommt ihr feinde ich will schlachten kann ich dir das hier geben wo hast du es denn jetzt hingemooft sind unsichtbar aber jetzt nicht was das war dass andere leute bescheiden müssen wenn sie herinnen können gerne geisenau wird oder unsichtbar tolles spiel richtig spaß ne geisenau schießt auf mich und sie ist unsichtbar bestimmen jetzt eine bismarck noch eine gneisenau ja friedrich und new orleans kommt um die ecke aber das ist meine die hat gefressen und wasser einbruch hatte dies sinkt jetzt langsam vor sich hin das problem ist die hat nämlich gleich den brand repariert und dann hat sie wasser einbruch gekriegt wo pass die du alter kill sneaker ich war was was ja kill sneaker ich habe die renner geballert und du machst sie kaputt lass ich hab die ohne zeadelle schon renner und die hat zwei zeadellen von mir gekriegt brauchst du ein foto ich glaube es will ich nicht sehen ich glaube wir haben zeitgleich auf die geschossen kann da sein ja ich wie gesagt ich hatte ja wassereinbruch verursacht und ich habe gedacht die seuf jetzt ab ach so und gleichzeitig hat die der familie ziertel eh fressen und danach gleich noch eine da fährt dir eine friedrich der große hinterher nee nee ich hau schon ab ja aber warte mal ab die dreht bestimmt bei das kann ruhig die colorado machen ja hast doch glück die fährt da runter ich hab da keine lust drauf auf dem friedrich nicht nachdem was ich jetzt hier gerade schon gefressen habe haben ja drei mann auf mich geschossen gruppe vier behalte derzeitigen kurs bei autopilot aktiviert ja machen die doch auch was mit der friedrich da muss ich mich mal um die friedrich kann man die kommt nämlich auf mich zu die krisis erst mal saures von mir schau an schau an ich glaube die renner findet das ja nicht lustig das ist die erste geiselausen 20k hast du dir die brummt oder was hat die grad gefressen kümmer die geht langsam mal sicher unter das ist ja flugzeugträger da kommt nur strax auf mich zu sollte helfen nein mann und hat die daten der flugzeugträger ich brauche die tp schaden was ja ziel auf die auf die brücke von dem flugzeugträger links und ein friedrich der große versenkt alter schmitte ich habe schon ein ich habe schon knapp 62 karten gemacht jetzt läuft und da kommt ne colorado ich war besser in der luftabwehr aber ich probiere es ja vorsicht ja ich weiß aber ich muss ja versuchen die kommt hier auf mich zu bevor die nämlich in reichweite ist und mir eine von laz ballert wir stehen unter beschuss dieser war gleich da und die hat hier richtig gefressen nähern uns ziel kehren zurück zum schiff wir stehen unter beschuss der mitte geht aber den abfang jäger hoch ist ja halb so schlimm jungs nähern uns ziel kehren zurück zum schiff schade hat die torpedos abgeschmissen die colorado schon dauern kann ich nicht schnell genug reagiert sieht aber gut aus hier das ist nur noch eine bismarck und die fährt hier mit 8k um die ecke tendenz sinkend der flugzeugträger kam sich bestimmt gerade verarscht vor schmitte ist ja schmitte ist ja schmitte ist ja schmitte ist ja